Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video heute mit dem Enrico. Hallo und zwar Enrico steht symbolisch heute für euch. Wir spielen 10 1 vs 1 Runden und für jede Runde die ich verliere gibt es was für euch zu gewinnen und zwar für die erste Runde die ich verliere gibt es 10 legendäre Chests für die zweite Runde die ich verliere einen Goldrang für die dritte dann wieder 10 legendäre Chests für die vierte wieder ein Goldrang und so weiter und so fort immer abwechseln wir spielen insgesamt 10 Runden und jede Runde die ich verliere gibt es halt immer abwechselnd einen Gewinn und wie ihr gewinnen könnt sage ich euch nachher damit ihr auch dran bleibt ne so komm ins Match wir spielen ihn irgendwie grad auf meinen so der snackt sich direkt ein Goldapfel komm her du oh du Penner du hast dir ein Munchpad bestellt ey bringt dir aber nichts 算DIY und die erste Runde ist von mir gewonnen worden heißt ihr bekommen doch nichts wenn ihr die Nächste Runde, Enrico, was gewinnt, gibt es 10 legendäre Chests für euch. Beziehungsweise einer kann 10 legendäre Chests gewinnen. So, schlag du mich, dann spielen wir jetzt mal mit deinem Kit, mal sehen, wie fies dein Kit ist. Du hast auch total geschummelt. Ja, natürlich. So unfair. Jetzt neckt sich erst mal die Wahl auf mich. Nein! Nein, gib doch, nein. Nein, ja! Shit, okay, da gibt es die ersten 10 legendäre Chests für einen von euch. Oh man, das war jetzt Runde 2, einer hat Enrico schon gewonnen. Oh man, Enrico, wir haben doch vorher gesagt, dass ich jede Runde gewinne, damit ich nichts verlosen muss. Äh, was? Nein, haben wir nicht gesagt. So, okay, jetzt wieder dein Kit. Jetzt sind wir in der dritten Runde. Der snackt sich erst mal direkt in den Apfel. Ja, komm, geh weg mit deinem scheiß Bogen. Alter, komm schon. Jetzt hab ich den Vorteil nicht mehr. Alter, wie hitzt du denn? Ah, Mann, komm schon. Wie viel Leben hast du noch? Sag ich nichts. Ja, Mann. Ja, Mann. Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Wie viel Leben hast du noch? Neun. Ich hatte noch fast voll. Ich glaube, ich hatte sogar voll. Und jetzt gibt es leider dann nichts zu gewinnen für euch. Das war jetzt die dritte Runde. In der vierten Runde hat Enrico wieder die Chance, einen Goldrang für euch zu erspielen. Ja, klar. Wir gewinnen sowieso. Ja, ja, ja. Alter, wie hättest du mich denn? Mach deine Hacks aus. Ah, fuck. Jawoll. Und jetzt hat einer die Chance, zehn legendäre Chests zu gewinnen, sowie einer hat die Chance, einen Goldrang zu gewinnen. Das war jetzt Kampf Nummer vier, ne? Vier Kämpfe, davon hat Enrico gewonnen. Irgendwie, mit deinem Kit gewinnst du die ganze Zeit, mit meinem Kit gewinn ich die ganze Zeit. Was ist denn da? Ja, irgendwie komisch. Halt auf jeden Fall jetzt Kampf Nummer fünf. So, zack. Den Shit anziehen. Du bist 6 der erste in den Goldaffeln, ne? Ja, komm her. Na, komm, 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 komm. Ich bin froh, dass ich hier Enrico als Partner habe, als Gegner, weil so gut bin ich jetzt auch nicht im PvP und er zum Glück jetzt auch nicht so. Komm, sterb doch jetzt, Mann. Du, mach deine Hacks aus. Oh Mann, meine Monster-Fähigkeit ist so hoch, oh Gott. Ja, Pech gehabt, ne? Also, ich würde sagen, hier gibt es jetzt leider keinen Rang für euch. Wie viel Leben hast du noch? Sag ich nicht. Du kannst nicht schon viel haben. Oh nein! Oh Gott sei Dank noch den Goldapfel gesnackt, Alter. Nein! Oh nein! Ich war so gut wie tot, Mann. Ja, ich weiß. Ja, Mann, jetzt gib ich dir die jetzt. Alter, mach deinen Hexen aus. Ja, ja. Ah, Mann, meine Maustaste. Ah. Komm schon, stirb. Stirb doch jetzt, Mann. Jetzt rückt sich Logo und, Junge. Verpiss dich, komm. Hau ab. Anna. Ich will nicht noch mehr aufhören. Das ist alles, was uns Geld, was uns Server spielt. Das ist wirklich... Oh nein, oh nein, oh nein. Nein! Ah, ja, Mann. Das war jetzt Kampfnummer 5. Einer hat die Chance, jetzt 10 legendäre Chests zu gewinnen. Einer hat die Chance, einen Goldrang zu gewinnen. Und wiederum, ein anderer hat die Chance, wieder 10 legendäre Chests zu gewinnen. Oh Mann, das war jetzt Kampfnummer 5, ne? Ja. Alter, das war eine knappe Renn. Sollen wir vielleicht das Kit mal ändern? Wir haben jetzt genau 5 Kämpfe. Sollen wir das Kit ändern? Mhm. Ja, können wir machen. Gut, dann ändern wir mal kurz das Kit. Gute Idee. Sonst ist ja auch langweilig. So, jetzt haben wir unsere Kits jetzt erstellt. Unsere neuen. Ich zeige euch mal kurz mein Kit. Das ist jetzt hier mein Kit, was wir jetzt hier haben. Ist auf jeden Fall nicer, nicer. Mal gucken, wie wir hier, wer jetzt hier mit dem Kit gewinnen wird. Und ich würde sagen, wir spielen zuerst mit meinem Kit, oder? Ja, von mir aus. Okay, Kampfnummer 6. Boah, du Penner, du. Der hat sich auch direkt gegen... Boah, Mist, ich habe gedacht, du siehst das nicht. Alter. Junge, verpiss dich. Ja, komm mal auf mit dem Bow Spam, Junge. Du machst hier meinen Zuschauern hier keine Ehre. Ja, snack doch nicht die ganze Zeit Goldäfel, ohne Witz. Nö, nicht. Ist doch lecker. Schön süß. Ja, süß, ne? Du sagst auch so, äh, auf dem, äh, auf dem Kirmes sagst du auch nicht, ich hätte gerne einen Schokoapfel, sondern ich hätte gerne einen Apfel mit Gold überzogen. Na, komm schon. Ich bin mal gespannt, ob dein Kit. Mhm. Ob das auch so abfachermäßig ist. Ja? Ja. Na, komm schon. Oh, da hast du geschluckt, da hast du geschluckt, da hast du geschluckt. Oh, Mann, ich hätte durchziehen müssen. Nein. Ich hab keine Feinde mehr. Nein. Nein, 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 nein. Komm her, du. Komm. Mann, stirb doch. Mann. Look. Look, ich sieh's. Motherfucker. Scheiße. So, du gehst dir, dass ich keine OP-Golden erfüllen. Komm, Rage, stirb doch, Mann. Wie viel Leben hast du noch? Look. Du kannst gar nicht mehr so viel haben. Ja, ja. Ah, dieser, dieser, dieser Kit-Kot, der nervt hat. Nein, du verzeihst. Jawoll. Ah, shit. Also, er hat Kampfnummer 6 gewonnen. Jetzt gibt es einmal 10 legendäre Chests für euch, einen Goldrang für euch, dann nochmal 10 legendäre Chests und noch einen Goldrang. Oh, Mann, ey. Oh, jetzt muss ich aber anschränken, so ein bisschen abseite. Aber jetzt kommt Kampfnummer 7 von 10. Ach ja, du musst mich schlagen. Jetzt bin ich mal geschluckt, dein Kit. Hast du dasselbe gemacht, ne? Aber was denn? Da hat sich direkt den Goldapfel gesnackt, du Pisser, Alter. Na, komm her. Ja, Mann, nicht getroffen. Na, komm schon. Ja! Oh, oh, oh. Was hat der Bogen für eine Verzauberung? Hab ich jetzt gar nicht geguckt. Sag mal an. Alle verpiss ich. Nein, hier ist die Ecke. Nein, hier ist die Ecke. Nein. Aber kann ich vielleicht wieder einsammeln? Nein, kann man nicht. Nein. Alter, das darf nicht wahr sein. Ich hab keine Verzauberung mehr. Ja, du hast gewonnen. Fuck. Nein, ich hab gewonnen. What? Ich hab doch alle der Werzen. Oh, nein. Oh. Ja, Kampfnummer 7. Leider nix zu gewinnen. Immer noch gibt es zwei Goldränge und insgesamt 20 Länge der Rechests. Ich mach wieder mit Mike. Jetzt kommt Kampfnummer 8. Zack. Zack. Oh, Mann. Oh, Mann. Hör auf. Alter, was ist das? Was ist das für das? Was ist das für das Kiste? Ja, komm. Hör auf. Hör auf mit dem Wogen. Junge. 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 Es ist mir egal, dass es gerade 3, 4 Uhr nachts ist, ich schreie hier rum wie sonst haben wir es. Die Nachbarn können ruhig die Bullen rufen. Na komm, ich werde gewinnen. Wie viel Leben hast du noch? Kann ich hingucken? Na komm schon. Nein. Na komm schon. Loll, ich hab keinen Schaden gekriegt. Na komm schon, sterb doch jetzt. Ach Mann, hör doch mal auf mit dem Wogen. Komm, ich nutze Low-Ground. Low-Ground. Ich hab meinen Fall versorgen. Nein. Ich hab dich verschossen. Wof the fuck. Na komm. Nein, 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 nein. Pass. Ja, Mist. Jawoll. Also, er hat manchmal wieder 10 legendäre Chests freigespielt. Jetzt gibt es insgesamt 30 legendäre Chests, also 10 für einen von euch jeweils. und zwei Goldränge. Und jetzt kommt Kampf Nr. 9 mit. Oh, jetzt wird's eng für dich. Mit meinem Kit, ne? Äh, nein, meiner. Echt? Ja, schlag mich. Ja. 30 Kisten sind da. Also jeweils 10 für einen von euch und zwei Goldränge. Oh fuck, ich hab... Ach, das ist dein Kit, ne? Du Hund, Alter, verpiss dich! Nein, 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 nein. Na, komm, 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 komm. Die Hitze ist totes! Hä? Na, komm, Mann! Ich gucke. Nein! Was wird das denn? Boah, du kleiner Pender, du. Easy win, easy win. Yeah, 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 yeah. Boah, komm, labbeligst du eine Scheiße, du hattest noch zwei Herzen gehabt. War geplant, ich wollte es halt spannend halten. Also, leider kein Rang jetzt für euch. Immer noch zwei Ränge und insgesamt 30 legendäre Chests sind in einem Lostop für euch. Und jetzt kommt Kampf Nr. 1. Das war dein Einsatz, Enrico. Ah ja, sorry, ich hab verpennt. Ja. Der letzte Kampf. Also, wenn Enrico jetzt den Kampf gewinnt, könnt ihr nochmal einen Goldrang gewinnen. dann gibt's insgesamt drei Goldränge. Mal gucken, ob er gewinnt. Und, äh, ich würd' sagen, let's go. Natürlich werd ich gewinnen, mein Gott. So wie gerade, ne? Fuck. Außer beide schießen daneben. Aber wie wir hier hitten und hitten und hitten und hitten und hitten. Ja, ich hitte dich aber öfters. Ja, komm. Man hört mir schon jetzt richtig krass die Maus. Komm, verpiss dich, Mann! Wir können das auch richtig klären. Wir können das auch richtig klären. Ja, das ist ja schon. Das ist der letzte Kampf. Es geht um einen Goldrang noch für euch. Enrico muss das gewinnen, damit ihr einen Goldrang gekriegt. Wenn er jetzt verliert, könnt ihr alle in die Kommentare schreiben, scheiß Enrico. Oder scheiß Baumpisser. Na? Na, hast du kein Leben mehr? Ah, du Wichser, Alter. Snack dir da einen Goldabbruch. Oh, don't roll feile. Ein paar hat ich noch, ja. Na, komm jetzt! Gott. Wie viele leben hast du noch? Jetzt hau ab. Na, komm schon. Dann piss dich! Danke, Mann. Danke. Nein! Doch. Komm, komm, komm. Boah, verreckt doch, ey. Mann! Verreckt du doch! Nein, ich hab keinen Bock. Ich bin nur zu ihm zum Scherben. Hast du noch Pfeile? Nein. Nein, nein, du nicht, ne? Du hast noch Pfeile, du Sack. Jetzt hau auf den Goldapfel zu snacken, Mann. Das ist der letzte Kampf, Mann. Ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Alter, du kannst nicht so viel leben haben. So viel, so viel Goldapfel-Video-Snacks. Bist du nicht, bist du nicht. Du, 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 du. Du hast auch nur noch ein halbes Jahr. Du hast sich einmal hitten müssen. Nein! Ich hab's gewonnen. Ich würde sagen, damit hat Enrico euch noch einen Goldrang freigespielt. Das heißt, es gibt einmal 10 legendäre Chests, einen Goldrang, einmal 10 legendäre Chests, nochmal einen Goldrang, nochmal 10 legendäre Chests und nochmal einen Goldrang. Heißt insgesamt drei Goldringe und dreimal 10 Chests für einen von euch. Also jeweils zehn. Wie ihr gewinnen könnt, ist eigentlich ganz einfach. Ihr solltet natürlich Abonnent sein, das wäre nice. Zum anderen, lasst dem Video einen Daumen hoch da, wenn wir sowas nochmal machen sollen und schreibt in die Kommentare, warum ihr gewinnen möchtet. Schreibt einfach einen netten Kommentar. In den Kommentaren muss aber euer Minecraft-Name mit enthalten sein. Und da werde ich in einer Woche die Gewinner in einem Video bekannt geben, die dann entweder einen der drei Goldringe oder halt die 10 legendären Chests bekommen. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Wenn ihr echt wollt, dass wir sowas öfters mal machen, dass Enrico euch mal was freispielt, ihr könnt euch auch schon mal bei Enrico bedanken. Ja, dank euch habt ihr jetzt die Chance, kostenlos einen Rang oder Chests zu bekommen. Schreibt einen Kommentar mit eurem Minecraft-Namen. Irgendeinen netten Kommentar, der Inhalt ist eigentlich relativ egal. Jetzt bitte nicht, ich möchte gewinnen, weil, sondern einfach, weiß ich nicht, Feedback dazu, wie ihr die Idee findet oder einfach nur so, was ihr halt so schreiben wollt. Und einfach den Minecraft-Namen mit dabei schreiben. Der Inhalt des Kommentars hat keinen Einfluss da drauf, ob ihr gewinnt oder nicht, weil das wird random gemacht. So, damit bedanken wir uns fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Wenn es euch klar hat, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.